Die aktuelle Staffel Germany's Next Topmodel neigt sich dem Ende zu und schon in wenigen Wochen ist es soweit. Das große Finale, bei dem Heidi Klum die Siegerin kürt, steht an. Obwohl aktuell noch acht Mädels um den Sieg kämpfen, wurden bereits erste Details zum Finale bekannt gegeben. Die große Show wird am 27. Mai 2021 in Berlin stattfinden. Für die Gewinnerin gibt es ein Preisgeld von 100.000 Euro, ein neues Auto und den Platz auf dem Cover von Harper's Bazaar. Ein Modelvertrag bei Günter Klum gibt es diesmal nicht. Neu wird der sogenannte Personality Award sein, für dessen Siegerin können die Fans vorab online abstimmen. Was meint ihr, wer wird den Titel Germany's Next Topmodel in diesem Jahr für sich entscheiden können?